Willkommen zurück bei Sonys Zockerstube und ja, ich lade mal wieder ein Black Ops 2 Video hoch, aber kein Gameplay, sondern mein Klassen-Setup von der MP7. Dann legen wir mal gleich los, ne? Primärwaffe, natürlich die MP7, Aufsätze. Als erstes nehme ich hier das schnelle Magazin, damit man schnell nachladen kann und die Vorteile dem Gegner über, ähm, beschreiben kann. Und als zweiter Aufsatz benutze ich da die Lasermarkierung. Nicht, weil ich die ganze Zeit spraye, sondern, falls es wirklich mal dazu kommen sollte, dass man auf einer 1 gegen 1 Situation in kurzer Distanz gerät, dann sollte man da, äh, hier den Laser drauf haben, da man dann sehr gute Chancen hat, die 1 gegen 1 Situation zu gewinnen. Äh, Sekundärwaffe benutze ich die Cup 40. Ja, jetzt kommen wieder die Flamer, ja, Cup hier, Noob, Like, bla bla bla. Aber falls dann doch das Magazin leer wird, ist die Cup immer eine gute Alternative für die MP7. So, das Perk 1 ist hier der Hardliner, damit ich meine Streaks sehr schnell erreichen kann. Ähm, Perk 3, Taktikmaske, ist ein Muss, da man immun ist, beziehungsweise nicht so stark geschwächt wird von Handgranaten, Flashes und Schockladungen. Und das bringt dir in manchen Situationen wirklich viel, da das dein Leben verschont. Und Primärgranate benutze ich hier das C4. Ja, damit man, äh, auch mal Kills über die Mauer machen kann. Oder falls die Munition auch leer ist, halt das C4 wirft. Und als Perk 2 benutze ich 2 Perks, deswegen auch hier dieses Extra. Und zwar sind diese einmal flinke Hände für schnellere C4 werfen und zünden. Und natürlich der Plünderer, damit man auch immer die Munition wieder aufheben kann, die man verballert hat. So sieht dann mein Klassen-Setup aus. Ähm, falls ihr das auch ausprobieren wollt, gerne. Ich hoffe, ihr kommt gut klar damit, wer Verbesserungsvorschläge hat. Immer bin ich dafür offen, schreibt es einfach in die Kommentare. Und jetzt zeige ich euch mal ein kurzes Gameplay mit diesem Setup. Und ich verabschiede euch jetzt schon mal. Tschüss. Sie werden lernen, was Schmerzen sind. Verbündete Drohnen, er sich. Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Drohne erwartet Befehle. Feldstorm-Rakete unterwegs. Verbündete Drohne nähert. Konterdrohne in Bereitschaft. Konterdrohne nähert. Wegele, was Schmerzen sind. Dharmstadt-Killer-Killer-Killer-Killer. Korbutal-Killer-Killer-Killer-Killer. Mach lang! Korbutal-Killer-Killer-Killer. Nachwarten! Korbutal-Killer-Killer-Killer. Allerdings raus. Wir sind hier im Bereich. Was Schmerzen sind hier? Die Drohne steht bereit. Leer geschlossen. Konter Drohne nähert sich. Drohne nähert sich. Sprengladung! Schütze! Lade nach! Drohne steht bereit. Verbündete Drohne nähert sich. Lade nach! Verbündete ist kaum Drohne unterwegs. Das ist ein Abschuss. Erledigt! Den Druck aufrechthalten. Bitte nachladen! Drohne steht bereit. Hunter Killer Drohne eingesetzt. Drohne nähert sich. Konter Drohne in Bereitschaft. Verbündete Konter Drohne nähert sich. Abgeschossen! Verbündete Lade Star unterwegs. Holste .